was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja wie ihr schon wisst haben wir die mc10 auf gold gespielt falls ihr mein letztes video gesehen habt dann habe ich es im letzten video schon gesagt dass wir die mps gerade auf der mann spielen wir spielen hier auf der map hijack mit der bullfrog unsere streaks wo wir dabei haben ist einmal die drohne einmal die großkalibrige handkanone wie man es nennt und einmal den angriffsheli ich finde die streaks eigentlich geil ist es ist nichts unendlich schwer die zu erreichen sondern es geht und die machen eigentlich gut küsst und es macht relativ spaß auch mit der großkalibrigen handkanone also ich echt super dass sie die bei season 4 jetzt eingeführt haben macht echt spaß mit der zu spielen ja wenn euch meine videos gefallen lasst doch einen daumen nach oben da dass ich das sehe oder wenn wir lassen kostenloses abo auf meinem kanal da würde mich sehr 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 freuen über euren support schreibt mir auch in die kommentare was sie vielleicht auch für euch verbessern sollte oder wenn ihr bock habt wenn wir jetzt die bullfrog auf gold gespielt haben fehlen uns noch ich glaube zwei mps ich glaube fünf braucht man uns fehlen dann noch zwei mps die wir auf gold spielen müssen dass wir die diamant haben bekommen schreibt mir doch vielleicht mal in die kommentare welche mps wir noch auf gold spielen sollen um die diamant haben zu bekommen wir haben jetzt die mp5 auf gold die mc10 auf gold und jetzt eben machen wir gerade die bullfrog und schreibt einfach mal in die kommentare was für was wir spielen sollen oder allgemein vielleicht auch was für klassen und dann werde ich mal vielleicht auch die klassen spiel was ihm in die kommentare schreibt und darüber videos machen was ich von den klassen halte und ja sonst würde ich sagen let's go viel spaß bei dem video und wir sehen uns beim nächsten mal patrouilliere mit handkanonen ab ab Werfe Splittergranate! Okay. Der ist erledigt. Das wird platziert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020